Herzlich Willkommen am 21. Dezember 2022 heute haben wir ein Rezept mit welchem man auch Fleischreste wiederverwerten kann denke ich mir auch mal nicht das schlechteste zumal wie oft haben wir uns in der vergangenheit dabei ertappt dass man irgendwas im kühlschrank doch hat liegen lassen liegen lassen liegen lassen liegen lassen und man wusste ganz genau man müsste es eigentlich aufbrauchen und naja nach der woche hat man es halt dann weggeschmissen also wie oft sind da bratenstücke verschwunden oder sonstiges eigentlich wirklich schade man sollte wirklich mehr dazu übergehen dass man Reste wiederverwenden kann also ein wichtiger punkt eigentlich ich merke schon auch ich denke so langsam um das ist gut so morgen geht es weiter mit knusprige leckerle auflösen folgt bis morgen tschüss